Ich würde wetten, 100% von Ihnen haben sowas hier zu Hause und zu 99% wahrscheinlich nicht selbst gekauft, oder? Tja, der Kulli ist das beliebteste Werbegeschenk überhaupt, aber wussten Sie, dass er seinen weltweiten Erfolg dem Zweiten Weltkrieg zu verdanken hat? Noch mehr spannende Fakten und wie er hergestellt wird, jetzt bei uns. 13 Kugelschreiber hat jeder Deutsche, laut Statistik. Aber gekauft ist keiner davon. Geklaut sind sie aber auch nicht. Sie sind einfach nur die beliebtesten Werbegeschenke. Die Erfolgsgeschichte des Kugelschreibers beginnt vor 70 Jahren. Dazu später mehr. Zuerst schauen wir uns an, wie Kugelschreiber hergestellt werden. Hier im Schwarzwald sitzt einer der größten Kugelschreiberproduzenten Europas. Täglich entstehen hier knapp 900.000 Stück. Unser Kuli besteht aus neun Einzelteilen. Das Wichtigste ist die Spitze. Sie trägt das Herzstück des Kugelschreibers. Die Kugel. Damit die Kugel halten kann, braucht man zuerst einen langen Draht aus Edelstahl. Eine Maschine schneidet ihn in kurze Stücke. Dann fräst diese Maschine aus jedem Drahtstück eine Spitze, die außerdem noch ein Loch für eine Kugel hat. Weil beim Schleifen große Hitze entsteht, die das Material sprüde werden lässt, muss die Maschine permanent geölt werden. Sonst brechen die Teile. Die Spitze ist jetzt fertig. Ein Blick durchs Mikroskop verrät, in der Kugelschreiber-Spitze sitzt eine Kugel. Sie gibt dem Stift auch seinen Namen. Die Kugel im Stift ist meist kleiner als einen Millimeter. Die platziert eine Maschine in die Spitze des Kugelschreibers. Dafür braucht es höchste Präzision. Denn sitzt die Kugel zu locker in der Spitze, kommt zu viel Tinte auf das Blatt. Der Stift schmiert. Sitzt die Kugel zu eng, kann die Tinte nicht raus. Mit einer Kugel Tinte verteilen. Dieses System stammt aus den 1940er-Jahren. Erfunden hat es der Journalist Laszlo Biro. Am Füller stört ihn nämlich das ständige Nachfüllen und Kleckern. Seine Inspiration? Die schnell trocknende Tinte der Zeitungsdruckerei. Die ist aber dickflüssiger und läuft nicht gut durch den Füller. Seine Idee? Er ersetzt die Feder des Füllers durch eine kleine Kugel. Die kommt in ein schmales Röhrchen und überträgt dann die aufgenommene Tinte aufs Papier. 1938 erhält er das Patent für seine Erfindung. Den Durchbruch hat der Kugelschreiber aber erst sechs Jahre später. Und zwar durch die britische Luftwaffe. Sie sucht im Zweiten Weltkrieg einen Stift, mit dem Piloten im Flugzeug Notizen machen können. Der Stift muss in der Höhe funktionieren und darf nicht kleckern. Der Kugelschreiber ist dafür ideal. Die Briten kaufen das Patent und produzieren 30.000 Stück davon. Das ist der Beginn der Erfolgsgeschichte des Kugelschreibers. Doch der neuartige Stift ist viel teurer als ein Füller. In den 1950er Jahren kostet ein Kugelschreiber 20 Mark. Also doppelt so viel wie der Füller. Damit die Tinte vorne bei der Kugel ankommt, ist eine Mine nötig. In der Produktion entstehen jedes Jahr 40 Millionen davon. Diese Maschine füllt die Minen mit dickflüssiger Paste. Die Mine ist also eine Art Tintenpatrone für den Kugelschreiber. Obendrauf kommt dann die Spitze. Aber die schreibt noch nicht. Damit die zähe Tinte auch durch die Spitze kommt, schleudert die Maschine die Farbe durch schnelles Drehen nach vorn. Wenn die Mine schreibt, hat's funktioniert. Jetzt noch ein Stempel mit der Farbnummer drauf und fertig ist die Mine. Genau nach diesem Prinzip funktioniert der Kugelschreiber schon seit 70 Jahren. Typisch für den Kugelschreiber. Verschreibt man sich, kann man das Geschriebene nicht mehr löschen, nur durchstreichen. Die Alternative, der radierbare Kugelschreiber. Bei diesen Stiften verschwindet die Tinte durch Reibungswärme. Die Farbe löst sich also bei über 65 Grad Celsius einfach auf. Aber Vorsicht, das kann auch ein Nachteil sein. Legt man das Geschriebene in die Nähe einer Heizung, verschwindet die Schrift durch die Wärme. Sie ist aber nicht für immer verloren. Der Trick, ab damit ins Kühlfach. In der Kälte kommt die Schrift nämlich zurück. Aber wie lange hält ein Kugelschreiber eigentlich durch? Das wird hier getestet. Beim Langzeit-Schreibtest. Jeder Kuli muss mindestens zwei Kilometer am Stück schreiben können. Das reicht für 120 geschriebene Seiten Papier. Aber warum schreibt die Maschine denn eigentlich lauter Kreise? Wenn man sich mal überlegt, wie eine Handschrift aussieht, die ist ja ziemlich kringelig. Und deswegen dreht man hier auch die Schreibgeräte. Aber nicht nur das. Im Labor testen Mitarbeiter auch ganz unterschiedliche Handschriften. In dem Ordner, da sind unsere Handschriftbilder. Die werden auch mal extra von Mitarbeitern angefertigt, die für uns Handschriften durchführen mit dem Kugelschreibern. Weil die Maschine nicht zu 100 Prozent perfekt die Handschrift abbildet. Und wir wollen auch mal richtig sicher gehen, bevor wir unser Produkt dem Kunden in die Hand drucken, dass es auch wirklich funktioniert. Und funktionieren soll der Kugelschreiber für mindestens ein Jahr. Verblüffend ist, dass angeblich jeder dasselbe schreibt, wenn er das erste Mal einen neuen Kugelschreiber in die Hand nimmt. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Welches Wort schreiben unsere Testpersonen als erstes? Na ja, den Namen meiner Frau. Und schreiben würde ich... Hallo. Hallo würde ich schreiben. Ich würde als erstes Hallo schreiben, weil es schön rund ist zu schreiben und man begrüßt damit die Leute. Das ist das erste Wort. Ich würde meinen Namen zuerst schreiben. Das ist automatisch... Ich glaube, viele schreiben zuerst Namen. Und tatsächlich, auch bei unserem Versuch schreiben die meisten einen Namen. Aber auch oft das Wort Hallo. In der Produktion fehlt jetzt noch das, was aus dem Kuli das perfekte Werbegeschenk macht. Das Gehäuse. Und das entsteht hier in der Kunststoffspritzerei. Das Ausgangsmaterial ist natürlich Kunststoff. Das wird eingefärbt, geschmolzen und in Form gespritzt. Innerhalb eines Jahres entstehen so fast eine Milliarde solcher Kleinteile. Die können zur Gefahr werden. Viele Menschen kauen schließlich gerne auf Kugelschreibern oder Kappen. Theoretisch besteht dabei immer die Gefahr, ein Kleinteil zu verschlucken. Damit das nicht tödlich endet, gibt es die Produktsicherheit. Hier entstehen Lösungen für den Worst Case. Diese Kappe hier hat zum Beispiel Belüftungsschlitze. Verschluckt man sie und bleibt sie in der Luftröhre stecken, bekommt man immer noch genügend Luft. Jetzt kommt der Moment, in dem aus allen Einzelteilen ein Kugelschreiber wird. Diese Maschine steckt alles zusammen. Die Mine fällt dann einfach nur noch von oben ins Gehäuse. Jetzt noch das Vorderteil drauf und fertig ist der Kuli. Der Kugelschreiber ist beliebt. Jedes Jahr kaufen allein die Deutschen über eine halbe Milliarde davon. Der Verkaufsschlager ist immer noch die schlichte Variante. Wahrscheinlich, weil die meisten Kugelschreiber ein Werbegeschenk werden. Die Farbe des Kulis ist dabei egal. Nicht aber die Farbe der Mine. Die muss blau sein. Das ist die absolute Lieblingsfarbe beim Kugelschreiber. Wie ist denn eigentlich die typisch syrische Lebensweise? Wir sind zu Besuch bei Familie Abdallah in Boven, den Nahgöttingen. Und legt hier rein.